Dann dürfen wir Kampf-Pokémon gegen Geist-Pokémon ankämpfen. Sprich, wir können gar nicht mit Konga spielen. Hier ist nix. Ach ja. So. Und hoch. Da können wir sogar heilen schon. Es gibt keiner Kommen. Oh, Mann. So, noch ein Nebulag von Ruth. Wir machen mal ein Schwäch jetzt, Nebulag. Nicht, dass sie irgendwie ein Level ansteigen oder so. Nö, warum auch? Könnte ja dann irgendwie anspruchsvoller werden. Na gut. So. Ein Albtraum. Ja, Nightmare. So. Ich lass Konga trotzdem mal nach vorne. Denn Konga kann Raub leeren. Macht 40 Schaden. Ja. Eine gute Ergänzung. Zumindest dann gegen die Geist-Pokémon. Und ich brauche... Ich denke mal, wir brauchen sie eh sonst nicht. Seeberblick oder Kratzer. Kratzer macht auch 40, also von daher ist egal. So. Gut, der Ergänzung. Und halt sehr effektiv gegen die Geister. Das heißt, wir haben sogar eine sehr effektive Attacke. Wir machen mit Konga sogar am meisten Schaden gegen die Geister. Und gut, das ist eine 40er-Attacke. Aber... Durch diese Effektivität wird's eine 80er-Attacke. ... Alpollo! Etlich mal was anspruchsvolleres. So. Oh Gott. Hm. Hätte man ja mal denken können, dass das vielleicht funktionieren... ...tuten tuten würde. Tuten tuten würde. Häten tuten würde. Naja. Nachtnebel. Aquabile. Ach so. Aha, aha. Apollo hält sogar eine Aquawelle aus, obwohl es schon Schaden genommen hat. Lass mal sehen. Also sollte gegen einen Raub, gegen einen Nebulak dann doch schon reichen. Ui, 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 ui. Ich wusste, dass die nicht angreift, weil hier das Heiligenfeld ist. Mit einem Schutzband. Wow. Oh, wow. Ja, jetzt sind wir wieder voll geheilt. Zubi. Zombies. Oh Gott, jetzt kommen wir auch noch mit Zombies. Ach du Scheiße. Jamie. Wieder mit einem Nebulak. So. Oh Gott, der ist schneller als wir. Verdammt. Hilfste Leben. Ja gut, die andere Hälfte kriegen wir, oder? Komm, die andere Hälfte kriegen wir. Ja. Ah, perfekt. Läuft. Und noch ein Nugget. Hallo. Buhuhuhuhu. Mal wieder. So, was hast du? Oh, wieder ein Nebulak. Mareike. Mareike. Wird überlangsamer als wir, oder? Ja. Komm, One-Hit. Na. Boah, mal ein Pokémon, das nicht Fluch einsetzt, sondern Nachtniveau. Oh, das ist nämlich Schadennacht. Naja. Mui, 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 mui. Wir sind ja auch schon wieder Level 26. Dann sind wir schon wieder auf Levelniveau. So. So. Und dann haben wir auch schon das Levelniveau der nächsten Arena erreicht. Dann kann es nur noch draufgerechnet werden. Wow. Weil die nächste Arena von Tofsi so weggemetzelt wird. Da braucht man gar nicht wirklich Niveau. Und die haben wir schon, ne? Ja. Nächste. So, ich brauche Blut. Jetzt kommen auch die Vampire dazu. Okay. Marika. Aha. Marika ist oben, ne? Also. Ach, unten. Stoppaktiefer. Ist bestimmt eine Schwester oder so. Kablamo. Komm, Fluch. Please, Fluch. Komm, Fußstrahl. Oh, nein. Ja, toll. Komm durch, bitte. Komm durch. Komm durch. Na. Jetzt setzt Fluch ein. Lass es wenigstens einmal selber angreifen, ne? Bevor du dich dann umrühst. Na. Egal. Level up. Geo-Ursch. Joa. Besser als Überblick. War eigentlich in jeder Hinsicht, aber... Irgendwann werden diese Attacken, die den Status ein bisschen senken, einfach ignoriert. Ach, verdammt. Da ist ja noch eine. Ja, klar. Die, die, die. Nee, die, die kann nichts anderes ausrichten, wenn die Pokémon Schweber haben. Dann kommt... Trostyp. Sonst wäre eine Bodenattacke sehr effektiv, wegen dem Gifttyp, weil Nevilac ist ja eine Giftwolke. Eine schemenhafte, geisterhafte Giftwolke. Deshalb, also da hat es den Geist Gifttyp. Aber weil es nur die Schweber hat, oh nein. Ist halt... Ist halt so. Kann man halt nichts tun. Bodenattacken wirkungslos und so. Verdammt, ich habe einen Kratzer eingesetzt. Idiot. Bitte mach jetzt Blut. Nein. Jetzt wird man natürlich noch selber getroffen. Nein. Wow. W-O-W-Mann. Noch ein Neolak. Die hat vielleicht drei Pokémon. OMG. Okay. Immer noch verwirrt. Verwirrt. Jetzt setzt es sogar schon Fluch ein. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal Schaden... Endlich mal... Einmal Schaden durch Fluch. Boah ey. Naja. Nicht mehr verwirrt. Damit ist Neolak jetzt down. Dieser Ton. Was sieht das? Dieser Ton. In abgewandelter Form von alten Lachsäcken aus den Anfängen von... Also den Anfängen von 2000. Also zu der Zeit, zu der ich noch klein war. Ja, Anfang 2000 war ich noch kein... War ich noch ein kleiner Junge. Ähm. Das von diversen Lachsäcken übernommen wurde. Dieser Ton. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo einen rumliegen. Wenn man den auf den Boden wirft, dann macht er dann den Nebulak-Sound. In abgewandelter Form natürlich. Aber davon habt ihr bestimmt auch welche zu Hause. Bestimmt, irgendwelche von euch. Kennen diesen Sound auch noch. Und denken dann... Ach, stimmt ja genau. So, die... Die hören sich an wie Lachsäcke. Stimmt. Ja, der Beige war rechts. Wäre mir so jetzt gar nicht aufgefallen. So, die Treppe kommen wir nicht hoch. Da wird wirklich von einem... Schäbenhaften Geist bewacht. Wahrscheinlich ist es die Treppe. Höchstwahrscheinlich ist es die Treppe. Mal schauen. So. Wien, 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 wien. Und du heißt jetzt... Äh... Marianne. Ah, okay. Das schafft du auch sie. Wenn Marianne Fluch einsetzt. Tut sie sogar. Perfekt. Es ist doch zum Lachen, wie das wirklich so easy ist. Wie sich einfach jedes... Fast jedes Nicolak in den Selbstmord stürzt. Mal lange. Damit wäre Marianne jetzt auch platt. Und wir haben die letzte Exorzistin vor uns. Seine, da versteckt sich links noch eine. Und sie heißt Hannelore. Boah. Ich mache Torfsi auch mal einen platt. Die Torfsi schon eine 27. Oh mein Gott. Oh nein. Voll. Please. Ich mache die Augen zu. Ja. So. Grimasse. Momentan sind wir noch schnellere von denen. Nein. Nee. Nee, nee. Grimasse brauchen wir nicht. Habe ich jetzt zurück? Mann. Nein. Möchte ich nicht. Ich möchte diese blöde Grimasse nicht lernen. So. So. So eine Attacke. Nein. Nicht erlernen. Ja. Versucht erlernen. Aber kann nicht mehr attacken. So eine Attacke. Nein. Nicht erlernen. Ja. Ist das jetzt eine Endlosschleife oder was? Nein. Hä? Habe ich einen Buck im Spiel gefunden oder was? Hörst du mich jetzt verarschen? Endlich. Alter. Mann. Ich. Ich erlene jetzt. Ich verlehne jetzt den Megakick. Ganz ehrlich. Was soll das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt so schwerwierig gewesen ist. Schreibt mir doch auch mal irgendwie in die Kommentare, ob ihr auch mal so diesen komischen Grimassen-Bug hattet. Oh, eine Sonderung. Oh, Mann. Cool. Halt, aber das nervig. Ich muss den Megakick verlieren. Verschwinde, Eindringling. Ja, ja, der Geist-Level 30. Es kann sich vor Angst nicht bewegen. Oh mein Gott. Hau ab, verschwinde! Die Animationen von Grimassen. Die Animationen von Grimassen. Na ja. Jo, da kommen wir nicht lang. Ich meine Schauflein setzen. Ich glaube nicht. Aber Lynch hat ein Alten. Schon wieder ein Nugget! Alter! Wie geil ist das denn? So, wir können Schauflein setzen. Wieso wir durch einen Turm graben können, ist mir rätselhaft, aber wir können's halt. So, dann heilen wir uns noch einmal und dann können wir auch schon so langsam die Gliedmaßen ausstrecken. Und dann würde ich sagen, mache ich mal eine Aufnahmepause, auch wenn ich gerade gar keinen Bock dazu habe, aber ich nehme jetzt schon wieder zweieinhalb Stunden auf und wenn ich mal weitermache, schlafe mir noch der zweite Fuß ein. Ja, ja, der erste ist mir gerade schon eingeschlafen. So. Und warum spielen wir dann gleich weiter? Ja, mit D-D-D-D machen wir mal weiter. Würde ich sagen. Und, ähm, ja. Dann beende ich diese Folge jetzt mal hier an dieser Stelle. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ansonsten, wenn euch das Video und die anderen davor in der ganzen Aufnahme gefallen haben, lasst doch ein paar Likes da. Und, äh, wenn ihr nichts verpasst, wieder weiterhin nichts verpassen wollt, auch ein kleines Abonnement. Quatsch, das Abonnement sind wir. Ein kleines Abo da. Auf den Abo-Button, ne? Ja, gut. Und, damit würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Tschüss, ciao und wiedersehen. Euer Bay Jim. Bis denn.